Mit diesen Worten wurde das diesjährige Cargo Bike Festival in Niemegen eröffnet. Auf der großen Freifläche hatte man die Möglichkeit, zahlreiche Neuheiten und etablierte Lösungen ausgiebig zu testen. Ich bin immer wieder fasziniert von der großen Innovationskraft der Cargo Bike Szene. Neben der Freifläche und der Messehalle gab es innerhalb des Honigkomplexes auch eine Halle, in der zahlreiche Sessions stattfanden. Neben dem normalen Lastentransport stand vor allem das Thema Citylogistik. Ebenfalls lohnenswert, einfach mal eine Runde durch Niemegen drehen. Infrastruktur, die wenige Kilometer östlich kaum vorstellbar wäre, gibt es hier flächendeckend. Mittlerweile hat er auch noch eine Runde durch Niemegen des Sessions stattfanden. Hier ist die Flächende, in der Ecke unter den Ecke kommen wir einen Schluch-Lachen. Jetzt bei der Ecke stets, in der Ecke kommen wir uns zur Höhe Kurve ab und Bis zum nächsten Mal.